Herzlich Willkommen. Hier sind die Azubis. In unserem monatlichen Azubi-Jourfix treffen sich alle Azubis. Wir sprechen über Themen zur Ausbildung, planen Veranstaltungen oder helfen uns gegenseitig bei Aufgaben von der Berufsschule. Außerdem führt ein Azubi über das gesamte Jourfix Protokoll. Das Kundenzentrum ist die erste Anlaufstelle für unsere Besucher, da Sie alle Anrufe entgegennehmen und Ihnen den Weg weisen, wenn Sie zum Beispiel an diesem Tag eine Prüfung in der IHK ablegen. Zudem verkaufen Sie Formulare für den ausländischen Markt und erstellen dafür Rechnungen. Wir befinden uns in der Abteilung Außenweiterbildung. Das Team kümmert sich um die Vertragserfassung, um die Organisation der Prüfungen bis hin zur Zeugniserstellung. Hier bearbeiten wir die Ausbildungsverträge. Wir überprüfen sie nach ihrer Richtigkeit und geben sie anschließend in das System ein. Nun lege ich die Teilnehmermappen an. Hier werden alle Informationen des Prüflings gesammelt. Am Tag der Prüfungen bereiten wir die Prüfungsräume vor. Dazu gehört das Austeilen der Aufgaben. In der Abteilung Kommunikation und Marketing ist kreatives Arbeiten gefragt. Hier entstehen alle Texte, die von der IHK veröffentlicht werden. Zum Beispiel gehört das Verfassen von Pressemitteilungen oder das Schreiben von Artikeln für das IHK-Journal zu den Hauptaufgaben der Abteilung. Auch kümmern sich die Kollegen um die Pflege der Social-Media-Kanäle der IHK und verfassen entsprechende Posts oder legen Veranstaltungen an und bewerben diese. In der Finanzbuchhaltung kommen alle Geldströme der IHK zusammen. Eine der täglichen Aufgaben ist das Erfassen der Zahlungseingänge. Hier wird im System nachgeschaut, ob der Zahler nur einen Teil seiner Rechnung beglichen hat oder anders. Dementsprechend wird es dann im System zugeordnet. So wie die Leute unsere Rechnungen begleichen, machen wir dies auch und ab und zu kommt es vor, dass dann ein Überweisungsträger mit der Schreibmaschine ausgefüllt werden muss. Auch in dem Bereich fällt das Bearbeiten der Reizekostenabrechnung unserer Mitarbeiter an. Hier wird dann kontrolliert, ob die Beträge richtig ausgerechnet wurden und gegebenenfalls die Konten hinzugefügt. Stimmt alles wird abgezeichnet und das Geld kann beispielsweise im Kundenzentrum abgeholt werden. IHK liegt viel Wert auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Unser betriebliches Gesundheitsmanagement bietet uns viele Möglichkeiten, sich fit zu halten. Die Grundpfeiler sind Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. Diese Themen werden durch spezielle Kurse gefördert. Auch wir Azubis beteiligen uns unter anderem mit der Organisation eines Smoothie- oder Safttages, damit wir alle fit durch die kalte Jahreszeit kommen. Die Abteilung Außenwirtschaft bietet Unternehmen zahlreiche Dienstleistungen und Informationen zu internationalen Aktivitäten an. Dazu zählen auch die Bescheinigungen der Canets. Die Außenwirtschaft bescheinigt unter anderem den Warenhandel innerhalb Europas, aber auch nach Asien oder Afrika. Kompetenzzentren haben wir in Australien, Russland und USA. Die IHK Koblenz hat insgesamt neun Regionalgeschäftsstellen. Eine von denen ist die in Simmern und hier mache ich meine Ausbildung. Das sind meine Kollegen, fleißig am Arbeiten. Wir haben ganz viele Aufgabengebiete wie Themen für Veranstaltungen und Außenwirtschaft und außerdem die Organisation und Vorbereitungen der Aus- und Weiterbildungsprüfungen. Außerdem planen wir die Ausbildungsmessen in unserem Kreis. Hier stelle ich gerade einen Plan zusammen, wie die Unternehmen nachher in der Halle zusammenstehen. Während der Ausbildungsmesse stehe ich meistens an unserem Stand oder mache Bilder und Videos von den anderen Messeständen.